Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde der Bad Daylight. Wir sind heute mit dem Detective unterwegs. Hi, Nancy. Denn wir haben eine Daily, wir sollen mit dem Detective ein Ausgangstor öffnen. Antitus hat es wieder geschafft und sich wieder einen Survivor ausgesucht, den ich nicht hochgelevelt habe. Das heißt, ein paar Blutpunkte investiert und los geht's. Wir haben... oh, eine grüne Karte. Wir haben dabei Tabs Verdacht, Observierung und Beharrlichkeit. Mit... oh, der Killer hat Blutgunst und Tana dabei. Okay, nett. Ähm, mit Tabs Verdacht können wir, sobald ein Gin fertig... Es ist die Fäule. Ich glaube, der hat Unsterblich dabei. Ähm, Tabs Verdacht, wenn ein Gin fertig ist, können wir in 48 Metern rund um uns, bei dem Levelstand jetzt, also Rang 2, ähm, in 48 Metern für 10 Sekunden alle Totems, Generatoren, Kisten und so weiter sehen. Mit Observierung kriegen wir pro 15 Sekunden, wo wir im Terrorradius sind und nicht in der Jagd, nur im Terrorradius, ein Zähler. Maximal gibt's drei. Und dafür, ähm, wird pro Zähler, wenn wir am Gin sitzen, ähm, Lauf. Wenn wir am Gin sitzen, gibt's pro Zähler, ähm, statt einen normalen, einen großartigen Fähigkeitscheck. Wird ein Zähler aufgebraucht und wir bekommen 1% Fortschrittsbonus. Ist das nicht genial? Der Notgroschen ist down. Und mit Beharrlichkeit krabbeln wir 40% schneller, falls wir am Boden liegen. Ah ja. Ich hab mir schon gedacht, wenn schon der Detective, dann mit Trophäe. Mission ist ja ein Tor öffnen. Hat der... Barbecue dabei. Sieht fast so aus. Ich bin nicht da. Ich mag die Fäule einfach nicht. Wir haben wieder einen Zähler. Es ist noch kein Gin fertig. Die hängt noch am Haken. Ah, die geh ich retten. Wenn's denn sonst kein anderer macht. Ups, nächste Person down. Okay, die ist runtergeholt. Hast noch ne Kiste. Mal gucken, ob da was Besseres ist. So, drei Zähler. Das heißt Maximum. Er hat mich gesehen. Aua! Um Gottes Willen. Damit hab ich gar nicht gerechnet. Ich glaube hier ist auch alles weggenudelt. Das ist die Blutgunst. Paletten werden blockiert. Das ist nicht geil. Kann jemand das Tor dann wegnehmen? scheiße 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 dafür hängt jetzt keiner mehr ist ja immerhin etwas aber es ist trotzdem noch kein schon fertig so er hat war ich dabei definitiv so wie der darüber guckt so leute kommt mich jemand retten du darfst gern den chen fertig machen seht ihr es sehen wir hier die todems kiste oben ist ein todem da hinten ist ein todem wir müssen die blutgunst wegnehmen und zwar so schnell wie möglich kannst du mich heilen dankeschön dafür ist tipps verdacht gut aber man muss halt den chen fertig machen du hast zwar geliehene zeit aber keinen wir schaffen das so danke gehen wir gleich hieran gemeinsam tana ist halt so eine sache macht uns alle langsamer kommt die freude wieder an auch kommen hau ab du es geht weg du in geblieben ich hing doch schon neben die andere so bin ich glaube ich nicht zu übersehen oh gott war jetzt glaube ich ein fehler ja ich bin direkt eingelaufen oh gott oh gott hau ab junge oh wieder hängen geblieben hier ist nix mehr hier ist nix mehr ich bin gleich so was von tot scheiße dann war's zweitem armhaken und es ist erst ein gen fertig es ist ein bisschen arm wenn man es so nennen möchte aber hier dürfte nicht der keller sein die sind dahinten zu zweitem gen so wird's nix mit unserer daily schlecht für uns gut für euch das heißt das gibt dann noch eine zweite runde dankeschön falls wir es hier nicht lebendig raus schaffen ich will ja gerne meine daily fett machen danke juli du da oben wär'n gen au nächste Person da so hier war ein totem okay das hat nicht gebrannt lassen wir's dabei stehen und das war der letzte zähler neen sie ist abgehangen müssen immer noch drei chance machen ob wir das schaffen okay die juli ist verletzt nicht so geil die darf zwar nochmal hängen aber sonst sind wir alle dead on hook und das ist nicht gut dead on hook bedeutet wir dürfen alle nicht mehr hängen sonst sind wir direkt tot also tot am haken falls ich irgendwann dinge sage die ihr nicht versteht ihr könnt mich gerne in den kommentaren danach fragen ich hab'n zähler hat der tüffler? ne er hängt dort hinten auf oh Gott ich bin gleich sowas von tot ok holen wir die doch mal runter soll ich dich heilen? komm her ja dann mach halt oh oh Nancy's down und Nancy's tot dort hinten ich hoffe du hast ein gutes Medikit oh im Keller gestorben ok so wuhu ich brauch'n Tor ich brauch'n Tor ich bin nicht hier Fäulelein nein ich bin weggelaufen hast du's nicht gesehen? so ich muss jetzt auf jeden Fall ein Tor öffnen ich glaube hier müsste eins sein schande über mein Haupt ich hoffe da ist keine Nöte oder solche Späse noch dabei wo ist denn hier das Ausgangstor? ich meine eins ist dort drüben irgendwo aber da ist ja die Fäule schnurstracks hingelaufen ja spinn' ich denn? ja spinn' ich denn? guck mal da kann das ja nur die Totums verzeichnen oh das Problem ist die ist tot ne? der können wir nicht helfen Jui komm rüber du kannst nix mehr für sie tun außer für mich tanken er kommt definitiv rüber tanken ach Gott Jui ich kann hier nix mehr machen das ist mein Problem au wo ist sie? mach das Tor auf mach das Tor auf es ist meine Daily Flöten gegangen aber seht ihr es? wir sind schneller ich bin hier nein tu es mir nicht an lass mich wenigstens raus oh nee oh wir sind am Haken schade ich hätte mich gefreut aber gut Jui ist raus wenn Jui für uns getankt hätte hätte es uns nicht umgeklatscht aber gut das heißt dann es gibt ne zweite Runde mit dem guten Detective so sieht's aus so sieht's aus so Perks sind immer noch die gleichen denn wenn schon denn schon ne die Trophäe muss her äh warum ich die Maps so hasse weil ich hier keine Gents finde hier ist einer verwirren müsste ich eigentlich noch machen ich habe nämlich eine Spaltquest aktiv wollte ich gerade sagen dann hatte ich Terroradius es ist der Trickster und der ist irgendwie sehr nah und der ist sehr gut ach du Scheiße okay Nancy bleibt auch da Nancy bleibt nicht da warum lässt er die liegen okay er hebt sie doch auf ich gehe hier mal weiter ran oh Nordcrushen ist wieder da direkt zwei Runden hintereinander gemeinsam und irgendwie Nightflash auch jetzt weiß ich nicht habe ich die Xera auch in der Runde gehabt ich bin mir gerade absolut nicht sicher aber ich glaube wir sind der gleiche Trupp wieder weißt du ich kann dich heilen uh scheiße sorry das wollte ich nicht das habe ich gar nicht gesehen der hat Hopp dabei Scheiße komm runter hier willst du nicht geheilt werden? okay ach das ist definitiv Pop no 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 mein Diva Trickster ich bin weg jetzt kann er natürlich nochmal gegen uns rennen was ist jetzt los? oh Luide es ist gerade aber ein bisschen uncool hier es ist immer noch keinen Gen gemacht ich habe gerade ein Déjà-vu wir sollten wenigstens einen Gen fertig kriegen oh von dort kommt er ach Nancy oh Scheiße okay juckt ihn nicht dann juckt mich das hier auch nicht hast du dich jetzt abgefarmt? was ist mit dir los? oh Gott Nancy lauf Nancy lauf du bist nur eine Klinge vom Umfallen entfernt aber der erste Gen ist gleich durch Halleluja warum? ich verstehe es nicht da ist ein Trudem brennt das? nee so ich bin mal weg ganz kurz Terror-Radio ist okay bitte hab keine eiserne Jungfrau dabei sieht nicht so aus gut wo ist denn der? Nancy ich komme alter camp der hier ein bisschen lauf Nancy ich heile dich okay beweg dich mal zu zweit ziehen wir doch schneller so die ist halt so hoch gehalten Notgroschen ist aber gleich tot au naja vielleicht lässt er jetzt Notgroschen in Ruhe nee hat den schlammigen Schlachter es ist auch nicht nett da ist ein Kürbis deswegen dauert es die Heilung auch immer so lange Notgroschen ist tot es ist erst ein Gen gemacht und unser guter Detektiv ist ein bisschen wehleidig oh Gott nächste Person Kürbis dort hinten okay so ich geh hier mal ran ein bisschen verwirrter Gen wär geil wenn ich den irgendwie fertig schaffen könnte wird es aber wahrscheinlich nicht spielen bin mir nämlich nicht sicher wo die Nancy ist so ein Stack haben wir noch das war es jetzt auch Gott ich bin verletzt ich will so gar nicht retten gehen Nancy ist nicht verletzt oh man jetzt jetzt ist sie runtergeholt Trickster ist ein bisschen campy unterwegs er ist direkt in der Nähe und die Nancy ist down gleich halte durch Nancy bitte Gott sind wir langsam oh Gott Nancy nein Alter was ist mit dir Dankeschön fürs gekonnte abschmieren Boah der Gen ist fast durch und ich muss ihn für die Spaltquest fertig machen ja ballert euch ballert die Selbstheilung rein so ist gut ne findest du einen Haken danke oh Leute klasse turn um den Haken rum ne ja was so klar Nancy mit Selbstheilung jetzt wird geslackt fürs 4K ach nee warum Mann nein jappau danke Entitus es ist sehr lebenswürdig von dir aber was mache ich jetzt ich bin mir nicht sicher ob der die aufhebt doch erhebt die auf oh Gott schaffe ich das oh jeder fessig oh Gott ich kann den schon hören wo ist denn mein Gin ich will den einen wenigstens noch fertig kriegen da ist er sonst sehe ich wenigstens wo ne Kiste ist totem 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 Kiste ist im Keller ich versuche jetzt einfach mein Glück vielleicht ist ja ein Medikit drin wo steht die Kiste ok Nancy wird gejagt Nancy ist tot wenn sie hängt ja wo ist die 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 ist gar nicht so weit weg komm schon Medikit schon wieder ne Karte Entitus das ist nicht witzig was mache ich denn mit ner Karte ja das ist langenfest 4K wo haben wir hier noch ne Kiste ist ja scheiße nix eingezeichnet was soll ich machen ich werde jetzt drauf gehen wenn ich die aufhebe ja das ist so klar das ist so typisch ich hole mir jetzt noch ein Stack ja der hat mich eh schon gesehen ne definitiv ja hat er ich komme hier nicht mehr weg geh weg hauptevent ist aktiv ich bin auf der falschen Seite der Palette so ich versuche zu Nancy rüber zu kommen wenn die nicht recovered ist ich schwöre es dir oh klasser Nancy du dummer Kuh warum krabbelst du denn da raus wegbleiben sollen ich hätte wegbleiben sollen was sagen sie es 4K bester Mann Trixer bester Killer genau so funktioniert es nicht ja kämpfe auch gar nicht weil hat keinen Sinn da kommst du mal vom Haken und dann kommt sowas raus dabei dafür kannst du jetzt aber die Nancy aufhängen ne interessiert doch keine Sau hier ja die Spaltklasse habe ich fertig unsere Daily existiert leider immer noch so was hatte der wissen wir nicht was macht der jetzt er sucht jetzt echt mit Nancy die Luke ist das denn ernst Trickster Trickster du bist ein Arsch okay Nuss Calling Pop oh nö na klasse und den schlammigen Schlachter gut ja Leute dann gibt es direkt noch eine dritte Runde bis gleich so willkommen zur dritten Runde mit Detective Depp aller guten Dinge sind 3 jetzt haben wir aber definitiv andere Mates und ich habe die gute Hoffnung Korrupter ist drauf dass wir vielleicht jetzt endlich mal aus der Runde rauskommen ist auch die Korrupter wer ist der Killer der Killer hat Terror Radius der Killer ist ein Bubba der Killer ist ein Bubba okay wieso? nee hängen geblieben oh scheiße und Abmarsch hier ist eine Kiste nee Bubba ich will nicht mit dir spielen ja er geht weg perfekt hier ist auch schon wieder jemand dran oh eins zwei ich gesäme hier dazu Ladies so die Meg wird gejagt alter okay ich bin dann direkt weg hier wenn die beide gleichzeitig ein Skillcheck verkacken ist das nur ein Leuchtsignal für Bubba zu sagen ey da ist doch jemand so da war vorher die Korrupte drauf jetzt auch ein Tod und brennt nicht die Kiste gönne ich mir oh verwehrter Generator dann gehen wir da rüber da ist auch noch ein Kürbis ich bin im Paradies ich bin im Paradies Leute bitte lasst da jetzt ein Medikit drin sein was ist das denn wieder verpackt das ist eine Werkzeugbox oh geil ja der Jeff ist hier Jeff was machen wir beiden okay er geht retten ja Problem ist die hängt am Arsch der Welt so hat Bubba ein Barbecue ich lenke den mal ab dass er nicht direkt zum Jeff hinläuft oh Gott das interessiert ihn gar nicht da ist der Jeff nein Jeff nein 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 nicht abfahren ich laufe mal da zwei anderen rüber das ist ja wieder so eine Kackwunde komm runter du kannst mir vertrauen oder du kannst weglaufen sie vertraut mir mal die kämpfen da halt hart rum Jeff geht auch nicht weg oh Gott abgefarmt lauf ja bitteschön du solltest trotzdem weglaufen hm da ist auch ein Verwehrter Gen Nehmer natürlich Fluchtodem hat er ja noch nicht bei das heißt aber nicht dass er nicht in Nöt haben kann komm Bubba ey nein Bubba kommt durchs Fenster hat Bubba Verblüffen dabei ja Bubba hat Verblüffen Scheiße das ist Kacke gut wir landen im Haken so ist es ein kleiner Camper ist es ein kleiner Camper ne eigentlich nicht ne aber die hat er gesehen und die anderen zwei sind auch wieder komplett am anderen Arsch der Map das ist doch nicht wahr du fahr mich jetzt ja nicht ab immer schön vom Haken weglaufen wenn du den Killer am Arsch hast immer schön vom Haken weglaufen so ist es richtig oh die hat doch schon die Zeit dass sie in den Kürbis tritt nice wir haben immer noch vier Chains zu machen das ist das nächste Problem danke heilst du mich? oh ja dauert gar nicht lange yeah danke wo ist Bubba da hinten ja im Toweradius kriege ich Stacks oh oh ich baller hier mal kurz die Wechselkiste rein die ist ja sowieso ziemlich nutzlos eigentlich theoretisch dürfte mich der jetzt wenn er Barbecue hat nicht sehen ach oh Gott die ist tot nicht vergessen Bubba hat Verblüffen dabei oh Bubba oh 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 scheiße er ist nicht durch den Bus gegangen das ist doch nicht wahr ich sehe die Deli flücken gehen es will heute anscheinend nicht Okay, ihr merkt es in der Nähe. Wo läuft er hin? Wo läuft denn das Bubacken hin? Oh, oh, das ist Abfarben. Okay, so, wo ist mein Kollege? Halt mich mal bitte. Dankeschön. Ich habe mir auch gerade eingebildet, dass da hinten ein Bubacken rumläuft. Da läuft auch ein Bubacken. Ziemlich angepisster Buback. Danke. Ja, ich bin hinter dir. Wir müssen halt aufpassen, er ist auch da. Der hat schon, irgendwie bringt mir der kein Glück heute. Versuchen wir es. Hängen dürfen wir nicht mehr. Ja schon, ich nicht. So, ja, ich bin eh da. Und stell dir vor, ich habe Tabs verdacht, ich kann die Generatoren sehen. Ich habe auch noch zwei Stacks. Observierung. Oh Gott. Ziehen wir beide den durch? Ist, denke ich, glaube ich, fast das Beste, ne? Oh ja, er hält auf uns zu. Er hält auf uns zu. Oh, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Alter. Oh, nimm doch den Chef da hin, doch nicht. Ja. Die Deli soll heute nicht sein. Habe ich so das Gefühl. Oh Mann. Das ist nicht gut. Nicht gut. Aber gut, es kann nicht immer laufen. Bisschen wir es halt beim nächsten Mal nochmal probieren. Die Deli läuft ja nicht davon. Punktemäßig war es gut. Pep haben wir auch. Roter Rangkiller. Ich frage mich halt immer, wie ich das schaffe, dass ich in solche Gruppen reinkomme. Oh, die hängt ein bisschen fest. Die ist ganz im Eck. Die kann Bubba nicht finden. Wir hätten den Jen durchziehen sollen. Vielleicht. Gut, die hat auch kein Adrenalin dabei, nur beweise dich in der eiserne Wille. Das heißt, er hört die nicht. Ja, was machst du jetzt? Jetzt hast du das Pech. Du musst die Luke suchen. Du kannst nicht aufstehen. Da hinten ist Bubba. Du blutest hier aus. Das ist das Problem. Die blutet hier aus. Es dauert ewig, bis du ausgeblutet bist, aber wenn er sie nicht aufhebt und sie sich nicht auf die Suche nach der Luke macht, wird das nichts. Gut. Da gucken wir jetzt nicht weiter zu. Aber was ist das? Äh? Überholspur. Ah, okay. Sowas wie Taps Verdacht nur in besser. Jedes Mal, wenn jemand festgehakt wird, kriegst du einen Zähler. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Das waren drei Runden. Wir sind dreimal zum Entitus gegangen. Naja. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal hin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Dann lasst mir gerne einen Kommentar hier. Oder lasst mir ein Abo da. Da freut mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.